Ja, also das sind so viele interessante Themen, aber ja, ne, also mein Deutsch ist nicht gut genug, so ich sag ja, ne, ich glaube, dass du hast alles gut geschafft. Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Episode 60 des Schachgeflüster-Podcast. Mein Name ist Michael Busse. Ich möchte helfen, das Schachspiel zu verbreiten und darum betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Vorweg, er versteht gut Deutsch, aber wir haben besprochen, ich stelle die Fragen auf Deutsch und er wird die Antworten dann auf Englisch geben. Und später bei der Tonbearbeitung übersetze ich das dann in eine Kurzfassung auch auf Deutsch. So, ja, jetzt zu meinem Gast. Er kommt aus Dänemark, ist Großmeister und sein höchstes ELO-Rating betrug genau 2700. Er ist fünfmaliger dänischer Meister im Schach, mehrfacher Teilnehmer an Schach-Olympiaden und wurde übrigens auch schon dänischer Meister im Schogi. Und in der gefühlten Sekundanten-Schach-Weltrangliste ist er die Nummer eins, denn er coachte zwei langjährige Weltmeister. Zunächst Vichy Arnand und seit 2013 auch den aktuellen Weltmeister Magnus Carlsen. Außerdem gilt er als Schach-Computer-Experte. Bezüge zu Deutschland gibt es auch viele, denn er spielte unter anderem in der Schach-Bundesliga. Und ich habe herausgefunden, sein Lieblingsgetränk ist Apfelscholle. Ja, viele gute Gründe für ein Interview. Herzlich willkommen und jetzt versuche ich es mal auf Dänisch. Dial it at do it here. Peter Heine Nielsen, hallo. Vielen Dank, Herr Mikael. Ja, Peter Heine, das ist für mich wirklich eine besondere Ehre. Du bist viel beschäftigt, ja, als Sekundant von Magnus Carlsen. Deswegen vielen Dank erstmal. Ich glaube, wir steigen gleich ein, weil du hast noch einen Termin. Ich überlege ja immer, wie ich die Fragen strukturieren kann. Und dieses Mal habe ich versucht, das nach Orten oder Städten zu gliedern, die in deinem Leben eine besondere Rolle spielen. Und dann würde ich gleich mal mit dem ersten Ort anfangen, nämlich Sholei in Litauen. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Ja, mehr oder weniger, ja. Okay, ja, da wohnst du ja zurzeit mit deiner Frau und deinen zwei Kindern. Und deine Frau ist ja nicht nur eine Top-Politikerin, sondern auch eine Top-Schachspielerin. Ich glaube, die Nummer sieben der Weltrangliste. Wie managt ihr denn das Berufs- und Familienleben, gerade auch unter Covid-19-Bedingungen, in so einer Schach-Ehe? Well, es ist natürlich ziemlich kompliziert. Wenn es nicht, kann man sagen, Covid ist ein help, weil ich bin viel weniger als ich bin. Ich würde normalerweise gehen zu ein tonnen Tournamenten mit Magnus, aber wie alle anderen, ich habe quasi schon ganz grounded, für die letzten 14 Monate. So in diesem Sinne, es ist es convenient, dass ich viel mehr Zeit spenden mit den Kindern helfen. As you were saying, my wife, Viktoria Schmilite-Nilsson, used to be a chess player. And well, you can say that, as you pointed out, she is still number seven on the world rankings. But she has been a politician for like six years. But especially for the last, well, six and a half months, she has been incredibly busy because she became the Speaker of Lithuanian Parliament. And that is, well, it's not like it's just a full-time job. It's a, well, overwhelming task. And then she's doing it quite well, in my opinion, but obviously it takes a lot of time. So, well, family life is a bit stretched in that sense. Also, of course, you mentioned we live in Schaulé, which is the fourth biggest Lithuanian city. And for Danes or Germans, it's probably known for being a NATO airbase with a lot of soldiers and planes. But, well, of course, we will soon move to the Capital Villanius and such. But that was sort of the update on the family slash chess life of my small family. So, also hier, wie versprochen, die erste Übersetzung. Damit ihr immer merkt, wenn ich zwischen dem Interview und der nachträglichen Bearbeitung hin und her wechsle, zeige ich euch das mit diesem Ton an, den ich gerade eingespielt habe. Zur ersten Frage hat Peter Heine-Nielsen gesagt, ja, aktuell ist es natürlich kompliziert, aber Covid ist trotzdem in irgendeiner Form auch eine Hilfe für ihn, denn er muss jetzt weniger reisen. Normalerweise ist er mit Magnus Carlsen auf Turnieren unterwegs und momentan kann er so eben besser zu Hause mit den beiden Kindern helfen. Er hat zwei Jungs. Seine Frau war früher tatsächlich Schachspielerin, die Nummer sieben der Welt ist sie immer noch und ist jetzt Parlamentssprecherin in Litauen. Das ist also der zweithöchste Politikerjob, den man in Litauen haben kann und das ist natürlich sehr zeitintensiv. Okay, dann würde ich mal einsteigen in den schachlichen Teil und den ersten Halt gerne in Singapur machen. Da fand 1990 die Jugendweltmeisterschaft statt und du hast die Bronzemedaille geholt in der Kategorie U18. War das für dich so eine Art Schlüsselerlebnis, so nach dem Motto, oh, ich kann ja ganz vorne mitspielen mit den Großen und da haben ja auch ganz andere prominente Namen damals mitgespielt. Ja, I think it's a good point. I mean, well, my career has always been a bit like this, that I really didn't expect these kind of things. For instance, well, I wouldn't say that chess was something, was even my main hobby as a kid. I was playing just as much table tennis and football, but well, quite suddenly and to my big surprise, also my parents, etc., I became the Nordic champion. And, well, that, of course, made me pay more attention to chess. At this point, of course, I started, I already cared tremendously about chess, but the idea to win a medal was not really on my mind, and so I did. Then, well, the next, well, I was actually only 17, so I tried again when I was 18, and I failed completely. But I think it shows a bit of, at least some part of Scandinavian mentality. Not for all, obviously not Carlsen, and certainly not Larsson, who sort of a bit too late became my sort of mental idol. I mean, I remember I visited Larsson at some point, and, well, I spoke about the world juniors and Buenos Aires, and I said, I thought I did pretty well. I was number 10. It was better than my ranking. And Larsson was saying, well, maybe you should have tried to win. And, well, that, I think, illustrates the difference in mentality. Well, mine was just that, no, I'm happy to do well. If I do better than my expectations, I'm grateful of that. And that, of course, you can see as healthy. But it's probably not a very good thing as a sports person in the sense that you, well, you know, if you start caring about rating and expected scores, but don't look at it as a normal sporting competition where you try to win, I think you're doing something wrong. And, well, I'm extremely proud of the Bronx medal. Don't get it wrong. But it was a bit, I wouldn't say an accident, but a bit of a random act in some way. And I wasn't particularly trying. And, well, if anything, I regret that I didn't have better sporting qualities in my life, but maybe that's why I have been doing better at a second, because then you work for someone who has the sporting qualities and you can use your maybe more akademical skills in a way to supplement them rather than have to perform yourself. Also, zur Erläuterung der Frage nochmal, der Silbermedaillengewinner damals bei der U18-WM war Wladimir Kramnik, der spätere Weltmeister. Peter Heine Nielsen sagt, ja, das stimmt, das war damals ein bisschen überraschend, dieser Erfolg. Er hat in der Jugend viel Tischtennis und Fußball gespielt. Schach war ihm auch gar nicht so wichtig, aber irgendwie wurde er dann doch plötzlich nordischer Champion und hat dann angefangen, das Schach ernster zu nehmen. Aber er hatte auch nie diesen Sporting-Spirit, den andere hatten, zum Beispiel Bent Larsen, der berühmte dänische Schachspieler, den hat er auch mal besucht und sprach mit ihm auch über eine Jugend-WM, die in Buenos Aires stattgefunden hatte. Da wurde er Zehnter und er hat Larsen auch gesagt, dass er damit zufrieden war und Larsen meinte dann wohl, naja, du hättest aber versuchen sollen zu gewinnen. Und ja, Peter Heine Nielsen sagt, er wünschte sich manchmal, dass er ein bisschen wettbewerbsorientierter gewesen wäre und mehr Sporting-Quality, nannte er das, gehabt hätte. Und ja, jetzt kann er aber eben so auf die Weise seine akademischen Fähigkeiten einbringen als Sekundant von Magnus Karsen. Also so kann jeder seine Stärken einbringen, aber ich glaube, deine spielerische Karriere ist ja auch so schlecht nicht gewesen. Überhaupt nicht. Fünfmal dänischer Meister ist ja auch nicht schlecht. Wie ist denn so die Schachkultur in Dänemark? Also du hast Bent Larsen erwähnt. Er hat wahrscheinlich einen großen Einfluss auf das dänische Schach gehabt. Also kann man das irgendwie in Worte fassen, seine Rolle? Ja, I mean Larsen hat an incredible influence. Of course, well, he had his own career, which he did incredibly well. No one has even come close to that and in Scandinavian terms, of course, only Magnus has managed to overdo that. but if we look at his influence, I would say Larsen was an incredible influence on the generation coming after him, which I'm probably one of the younger and we can take Kurt Hansen, Lars Bohansen, Lars Schandorf and Suneberg also. And we basically, we became, well, I would say one of the strongest Danish generations or at least we were the strongest players for like 20 to 30 years. I think this summer I will be the highest rated Dane for 20 years and before me it was Kurt Hansen. So since Larsen, although he feels like, well, he was peaking like 50 years ago, we only had two Danish players who had the number rating spot and we are all a product of Larsen in the sense that, well, we grew up all reading Larsen's books, Larsen's articles in the Danish chess magazine and such and this was a huge part of our influence. Of course, many of us also later in life started to visit Larsen and became friendly and such. So there he had an incredible influence. Now, of course, we have a new generation that is, I would say, very little influenced by Larsen. I mean, well, they're like everybody else. They grow up with computers and things like this and Larsen for them seems something of the past. of course, they may be influenced by my generation, which is influenced by Larsen, but then it becomes like at least the second degree. But Larsen's influence, of course, was incredible on the next generation and one shouldn't forget Larsen's influence on more prominent players than Dane's. I think especially, well, the current world champion Magnus Carlsen hasn't, well, he's obviously stating that his first chess book was a very small book of Larsen with the positional exercises that influenced him a lot. So I think just limiting Larsen's influence to Denmark is too little. But of course, in Danish terms, he had an incredible influence. So, die Frage war nach Ben Larsen. Der hatte eine einzigartige Karriere, sagt Peter Heine-Nielsen und in ganz Skandinavien hat es quasi nur Magnus Carlsen getoppt. Der Einfluss von Larsen bezieht sich auf die Generation nach ihm. Peter Heine selbst gehört da eher noch zu den Jüngeren. Da hat er noch ein paar andere aufgezählt, Lars Bohr-Hansen zum Beispiel, Kurt Hansen. Der letzte Kurt Hansen war auch lange Jahre der höchstgeratete Spieler in Dänemark und jetzt seit 20 Jahren ist es Peter Heine-Nielsen selbst. Und ja, Larsen hat zum Beispiel viele Artikel geschrieben im dänischen Schachmagazin. Die hat die Generation nach ihm eben auch gelesen und sie beeinflusst und die haben ihn auch später alle in Buenos Aires besucht. Die heutige Generation, so sagt er, die wächst eher auf mit dem Computer und der Einfluss ist quasi nur noch indirekt sozusagen zweiten Grades. Larsens Einfluss ging auch über Dänemark hinaus. Magnus Carlsen zum Beispiel sagt, dass sein erstes Schachbuch auch von Ben Larsen stammt. Ja, Ben Larsen, wer ihn nicht kennt, gilt als einer der stärksten Spieler, der nie Weltmeister geworden ist. Ja, und er lebt ja auch in der Eröffnung erstens B3 immer noch weiter, die ja nach Larsen benannt ist auch und die Magnus ja auch neulich in einem Online-Turnier gespielt. hat. Er spielte es an meinem Geburtstag, also ich glaube, es war ein kleiner Eröffnung. Ah, okay, das ist ja nett, schön. Ja, dann gehen wir weiter auf Weltreise. Die nächste Stadt, also das ist nicht chronologisch geordnet, sondern einfach durcheinander, die nächste Stadt ist Moskau, eine der Hauptstädte des Schachs und du warst ja auch schon mehrmals dort. Ja. Ich habe mir notiert, 91 hast du Michael Bordwini getroffen, 94 eine tolle Leistung bei der Schach-Olympiade und 2012 als Sekundant von Vichy Arnand die WM gespielt gegen Gelfand. Was ist denn deine Top-Erinnerung an Moskau? Well, I mean, probably some of these, but there is even, for instance, a Dvoretsky training camp some years later where we debated endgames together with Light Tower for two weeks, which I really loved. I have great memories there with Magnus, but let's take them in the order you mentioned. Well, 1991 is interesting because, well, as you said, I met Bordwini there by chance in the Central Chess Club, but of course these days going to the Central Chess Club was just an amazing experience. Well, you have to remember I was like an 18-year-old kid completely in love with chess and just observing the Central Chess Club was a huge cultural difference or shock. I mean, well, as I said, we meet Bordwini, but also I think Ivanciuk was there and such. You see these huge prominent talented players getting training. You see a lot of famous coaches and such and, well, at that point, it was before the final collapse of the Soviet Union. So they would also welcome us very much as Western guests and we would get a tour both of the chess club and of Moscow and such. But my main aim was actually that we were traveling back and forth from Chilabinsk where I was playing a strong grandmaster tournament. So my way to get this Soviet chess culture was basically I played some tournaments even in Siberia of Chilabinsk and Kemerovo. I went to Azov and Oriol in Ukraine and of course I also played a lot in Belarus in Minsk and Pinsk and even got my last grandmas in all of these places. That was my exposure to both the collapse of the Soviet Union but also their chess culture and this was very interesting. Then of course you mentioned that I became a grandmaster in 1994 or well for me probably more that I played my first chess Olympiad which is a great experience and also I managed to win a bronze medal on my board there. It was again you know as I said before Sorry was nicht eine goldmedaille an Bredrei? Ne? Goldmedaille sorry gold medal was later in the European Championship. There I got bronze. Somewhere it's listed as silver but there were some problems with the medal. I have it at my wall and it's of bronze so I'm pretty sure about that one. But well again I didn't expect to do well. I was generally just very happy to play and such and I even fell ill during the event but it was clear that I played better than I expected and I had a very good result in my first outing there and that of course is a huge experience. You understand Kasper is playing, you're playing on the stage with him now and then and things like this and it's just a dream coming true. Of course there will always be some chess political fights about Olympiad and I remember that the Danes Federation was complaining about how much we should be paid to play and I think my dad was telling me if you have to you will pay to play this is just too big an experience. You understand the first time you play an Olympiad it's just an amazing thing. Then later in life of course you care about the room is big enough and all these kind of things but for me it was just amazing and of course I look back to it with a lot of pleasure. Well in reality we were basically trapped in a hotel for 17 days in Moscow it was minus 20 degrees but when you are young and play your first Olympiad you really don't care about such. So I have a lot of pleasant memories although had I played at the age of 40 I would probably thought it was completely terrible but that's how sort of perception changed over our career. Also Peter Heine sagt ja das waren alles tolle Erinnerungen dazu kommen noch weitere wie zum Beispiel ein Trainingscamp mit Mark Dworetzky wo sie Endspiele analysiert haben und ja in der Reihenfolge wie ich es angesprochen habe 1991 mit 18 Jahren da hat er zufällig Botwinnik getroffen und auch Spieler wie Ivanchuk und er war sehr beeindruckt von diesem Central Chess Club in Moskau und der Atmosphäre dort eigentlich hatte er da ein Großmeisterturnier in Sibirien gespielt und ist dann hin und her gereist und er sagt auch noch dass er früher sehr viel in den ehemaligen Sowjetrepubliken gespielt hat und das hat er jetzt nicht gesagt aber ich habe es woanders gelesen Peter Heine Nielsen gilt tatsächlich auch als Spezialist und Experte für die sowjetische Schachschule ja die Schach Olympiade dann später da hat er eine gute Leistung erzielt eine Bronzemedaille für die drittbeste Brettleistung an seinem Brett später dann das hatte ich verwechselt auch die Goldmedaille für seine Brettleistung in einer europäischen Mannschaftsmeisterschaft und bei dieser ersten Schach Olympiade da hatte er sich eigentlich sogar auch schlecht gefühlt war krank aber trotzdem war es ein tolles Erlebnis zum Beispiel auch durch die Präsenz von Kasparov das erste Mal ist sowieso immer was besonderes das hat ihn damals auch nicht gestört dass die Rahmenbedingungen nicht so toll waren Hotel war nicht so toll es war minus 20 Grad kalt finanzielle Bedingungen waren nicht so toll aber das war ihm damals alles noch nicht so wichtig wie heute und 2012 die ah 2012 of course well that was with Vichy well Vichy defended his world championship against Gelfand but in a very difficult match so well as it turned out that Vichy won of course I have a lot of pleasant memories there but also well as we probably will talk about well I was part of Vichy's team for quite a long and Moscow was the last bit of that and well basically we had a very difficult run up to it we were training for three months straight which with hindsight is completely insane because well it's just too depressing to look at chess for three months it's like basically something that's very interesting but if you go to it by great excess it becomes too difficult and the match didn't turn out the way we wanted and such so there was a lot of nervousness and of course a lot of technical difficulties openings didn't work well and such but the last week was amazing and of course when it ends well you have a lot of pleasant memories so probably I'm thinking of you know Rosolimo's in game 12 I'm thinking of some of the openings idea we found and well also the relief and what it worked out and such so it turns out well of course also well Moscow is an interesting venue as again Soviet has a huge influence on chess and of course well you will see a huge level of education in well well the interest in chess there will be a completely full packed hall I especially remember the playoffs where they were full of people and I think also I realized that except us everybody was rooting for Gelfand which is fair enough and such but well we didn't manage to make these fans happy luckily from my perspective but of course it's a special atmosphere to be part of a world championship match in the in the let's say historical chess city of the world having said that well basically we were living in a bubble on one floor of the Kempinski Hotel in Moscow so I think there is this famous song from the chess musical where they sing that you know all one night in Bangkok that well you know one town's very like another when your head is down over your pieces brother and this is basically the same situation for us I mean I don't remember cities that much when there is a world championship going on I mean technically speaking I have been three weeks to Mexico with Vichy but I have I have seen absolutely nothing except a small park of Mexico City but I have great memories because Vichy became the world champion for the first time with me as a coach so that I was very happy about and well in that sense 2012 Moscow well I think when everything was over I went for the usual touristic stroll to the red square which I had a clean view to from my window for three weeks but I never went there in that sense and so so well asking for a touristic guide from where I have been at the world championship is asking too much there you care about completely different things unfortunately okay before I übersetze möchte ich erstmal noch ein bisschen Ordnung reinbringen und zwar in die Reihenfolge der Schach WM's also 2007 hat sich Arnand erstmals in einem Rundenturnier die WM geholt 2008 dann in Bonn den Titel gegen Kramnik verteidigt 2010 in Sofia gegen Topalov da werden wir später noch drüber sprechen und jetzt eben 2012 in Moskau gegen Gelfand wie gerade erwähnt Peter Heine Nielsen hat ihm da jeweils geholfen 2013 dann der Machtwechsel da besiegte Magnus Carlsen Vichy Arnand in dessen Heimat Chennai in Indien und bei der WM machte Peter Heine Nielsen auch nicht mit weil er neutral blieb zwischen den beiden er wechselte dann aber offiziell zu Carlsen über 2014 in Sochi verteidigte Carlsen dann wieder gegen Arnand seinen Titel 2016 in New York gegen Kajakin und 2018 in Ja jetzt aber zurück zu 2012 in Moskau gegen Gelfand also Peter Heine Nielsen erwähnte dass die Vorbereitung schwer war weil sie ein dreimonatiges Trainingslager gemacht haben das Match selber war auch schwierig Eröffnungen haben nicht richtig funktioniert die Zuschauer waren fast alle für Gelfand und sie waren die ganze Zeit im Hotel Kempinski in Moskau aber am Ende ging es gut und er hat deshalb auch Schach wobei er von der Stadt erst nach der WM ein bisschen was gesehen hat weil er sich auf das Turnier fokussieren musste Ja also das ist natürlich verständlich dass ihr euch da auf die Arbeit konzentriert Dann machen wir einen großen Sprung von Moskau nach Wattenscheid Da hast du nämlich einige Jahre in der Bundesliga gespielt und dann auch mehrere Jahre im Dream Team von Baden Baden mit denen du auch mehrfach deutscher Meister geworden bist und jetzt glaube ich für Deizis auch Wo hat es dir am besten gefallen und was sind deine schönsten Erinnerungen an die Bundesliga Erinnerungen I think again it becomes like different times for different needs Wattenscheid will always be very close to my heart and I remember so many of the good memories there and such and I'm also so glad they kept me I think that they decided to import me as their really strong foreign player in the second league and I started out by losing to a Belgian IM in the second league and such but luckily they kept me and it was extremely good for my chess development I mean I got to play a very high board in the Bundesliga for basically like 10 years and we were always fighting to avoid relegations well one year we were doing well and was almost in the top but it gave me and such I mean well we used to stay at a private place of a guy called Wilfred Schroeder which they have so many fun moments with and I mean no this was just amazing in terms of chess development and that I would really recommend to everybody that well I mean of course there is pluses when playing in an extremely strong team but if you are a young player if you can this was tremendous for me well I would go back and forth from Denmark by train and it would be difficult and such of course and well it was tiring but I mean it's one of the best decisions I had both terms of socially and chess wise and such but well fast forward 10 years from there I started to be much more of a professional chess player and well you get an offer better you know you can travel comfortably by plane and things like that and also well I was getting an older person I should care maybe more about money and having a family and these kind of things so I mean it's not like I can say Badenscheid was amazing or that Baden were amazing they were both amazing and so is Dice but they were very good for me at different but of course well what I really like in Badenscheid was that I think I made a difference for them and they made a difference for me while when I played in Baden I think one year I was checking what would have happened if I had lost all my games and of course Badenscheid would have been champions anyway so you don't make much of a difference while in Badenscheid at the right times I think and they were very good for me so I mean these places you mentioned of course has a lot of relevant memories for me I mean this has been like well a huge part of my chess career yeah Wattenscheid will always in his heart will always keep Peter Peter Heine Nielsen there as 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 a Schröder übernachtet und das fand er auch so sozial gesehen und vom Zusammenhalt im Nachgang sehr schön 10 Jahre später bekam er ein besser bezahltes Angebot von Baden Baden er hat im Podcast Wattenscheid gesagt aber da hat er sich wohl versprochen also es war Baden Baden und da konnte er dann auch zusammen mit Vichy Anan spielen das war sehr geschickt weil er ohnehin für die richtige Entscheidung getroffen aber wenn er einen Klub auswählen müsste dann wäre das für ihn Wattenscheid ok dann reisen wir weiter nach Oslo die Hauptstadt von Norwegen und da hast du zum ersten Mal mit Magnus Carlsen gesprochen der damals ja auch noch ein Kind war wie lief das Treffen denn ab und was hattest du für einen Eindruck von Magnus damals Oslo und Magnus werden was 0 years old I mean Norway has always been a huge holiday destination for my family and my aunt is living there and such and still do so I have been very closely connected to to Magnus sorry to Norway Magnus was a bit more of a coincidence in the sense that I was doing some coaching for the Norwegian youth but sort of youth being quite older than Magnus and well at some point there was a training camp where I was doing the older team but there was also some very young group of kids that I was visiting for like one hour doing some lecture and well Magnus was there and of course you noticed him immediately in the sense that well whatever you had a question he would be the first one to answer it and such and that of course made an impression also when we had a break during lunch well he would talk all the time and I remember he was very disappointed that I couldn't give him some more exercises because I hadn't prepared any and I seemed more interested in eating my pizza and such but well he was he was very energetic and extremely curious about chess my first impression was actually on a tournament in Gaustel the renowned chess resort actually very close to my family so I knew it already from there but there I saw Magnus and my first impression was a player who knew an incredible amount of theory and was not very talented and this is basically as wrong as you could get right but that was the first time I saw him but well we got to know each other in this training camp in Oslo and I think I spoke with his father and we decided I should visit him for a couple of days and then we started having this kind of well you can call them training camps you can call them that the two best Scandinavian players meet up and chat about chess and such or well if you look at it from the outside it could also look like Magnus coming to my city in Denmark and having holidays together so well we would talk about chess we would play football we would watch football we would go to the cinema I mean basically Magnus became a very good colleague or training partner but the difference being that he was 13 or 14 years old which of course is very strange but it's important to remember we were the two strongest players in Scandinavia and we both cared as you mentioned from 2013 it's been my main occupation but even in the years before we had some closer or some looser connections for instance I was with him for three weeks to Hanty Mansinsk when he qualified for the candidate at the age of 15 beating Fisher's record and also he would come to some busy training camps and play training games which is also described many places in literature so we also to Norwegen had Peter Hanne Nielsen always a strong connection for his family and the first time he spoke in a training camp he had to older norwegian children but there was a younger group with Magnus dabei und da hat er eine kleine Vorlesung gehalten und da ist ihm schon aufgefallen dass Magnus immer der Erste war der die Fragen beantworten konnte und in der Pause war es so dass Magnus enttäuscht war dass Peter Heine ihm keine Zusatz Aufgaben geben konnte weil er keine vorbereitet hatte später gab es mehr Kontakt mit ihm auch mit seinem Vater sie haben gemeinsam Schach gespielt und die stärksten Spieler Skandinavians waren Magnus war zum Beispiel auch bei einigen Trainingscamps von Vichy Anand dabei als Sparringspartner und seit 2013 ist es tatsächlich der Hauptberuf von Peter Heine Nielsen Magnus Carsten zu trainieren Ja also über deine Sekundantentätigkeit für Vichy und Magnus möchte ich nachher natürlich nochmal ausführlicher sprechen aber ich habe noch einen anderen Ort vorher und zwar ist das Hamburg 2006 und ich glaube in Bonn fand damals dieses Rematch von Wladimir Kramnik gegen Dieb Fritz statt aber ich glaube du warst damals in Hamburg wenn ich es richtig weiß zusammen mit Matthias Wüllenweber von Chessbase und ihr habt im Vorfeld dem Dieb Fritz dem Computer also quasi bei der Eröffnungsvorbereitung gegen Kramnik geholfen was hast du da gemacht also wie kann man einem Computer denn überhaupt helfen denn Dieb Fritz war ja zu dieser Zeit auch schon sehr stark When you say Hamburg a lot of memories comes to mind of course I played one of my first junior events there and such and I think I even got a bit too much to drink if my memory serves me correct and things like that but I would really like not to go in that direction to be honest but no well you talk about Kramnik Dieb Fritz yes I was part of the team preparing Fritz for the openings and well I had one very memorable meeting in the chess space offices in Hamburg I mean well it's me and Wullen Weber and Feist and I forgot who the two others were but we were basically debating the opening repertoire what was very interesting for me is that of course well no disrespect I'm a much better chess player than Feist and Wullen Weber and they are look at this as a completely whole picture and say well you know there is pros and cons well they will go through it mathematically say oh there's a pawn weakness there that's minus 0.1 pawn okay this pawn is strong that's plus 0.2 so they would think as programmers and sort of fragment the position like this and this was quite interesting for me but when you talk about the opening prep for the match well this was a match with very specific rules and Kramnik has very cleverly crafted the rules so that well he would get a copy of Fritz in advance there could be very few changes made to that copy he got also the opening book could be made freely before the match but during the match you could only make very few changes and such and Kramnik has so basically Kramnik was trying to win in the actual match as he had won in some training games and that we understood after game one or two so there was a lot of hectic activity I remember at night where well I was sort of pushing them to say okay Kramnik is trying to trick us he understands that well he has played a lot of training games so my task basically came that we would try to play a lot of very surprising openings not like b4 but in Sicilian we played bishop c4 we tried to drag Kramnik into a lot of sidelines so that he had to face the machine and not be based on his preparation and that worked quite well because when it becomes human against machine even at that time it's basically a hopeless task for the human and such but it was very interesting for me to be part of that experience and such and they treated me very nice and such even gave me a bonus so I assumed they were very happy with all the attention and the result they got and such so it was a very enjoyable experience also especially in the sense that it was unusual to work with professional programmers rather than chess experts and such er hat sogar einmal zu viel zu trinken bekommen aber da will er nicht näher drauf eingehen ja er war teil dieses teams eben den computer fritz die fritz für eröffnungen vorzubereiten im kramnik match und er erinnert sich an dieses treffen mit matthias will weber und matthias feist von chess base und für ihn war sehr interessant dass die anders über eine position dachten mehr so mathematisch die haben die position so fragmentiert in einzel bestandteile während er sie als ganzes bild immer gesehen hat kramnik hat sich sehr gut vorbereitet hat sich vorab eine kopie von die fritz geben lassen um ihn zu verstehen und seine schwächen zu analysieren und nach ein oder zwei partien hat peter heine nielsen verstanden dass kramnik so spielt wie in seinen trainings partien gegen die fritz und er hat dann auch drauf gedrängt dass die taktik geändert wird in richtung ungewöhnlicherer eröffnungen das heißt die fritz hat dann mehr neben linien gespielt so dass kramnik tatsächlich gegen den computer antreten musste und aus der vorbereitung war damit hatten sie dann auch volk und das die fritz team war mit ihm und auch mit der öffentlichen aufmerksamkeit sehr zufrieden und für ihn ist das auch eine sehr schöne erinnerung wo wir gerade über schach computer sprechen gibt es noch eine andere wichtige stadt und zwar london und zwar war das im jahr 2017 am 5. dezember da hast du gerade magnus carlson zu den london jazz classics begleitet und dann kam die vorstellung von deep mind bezüglich des programms alpha zero ein in 4 Stunden selbst schach beigebracht hat und ja plötzlich den besten computer der welt bis dahin stockfish besiegte und da gibt es so ein schönes zitat von dir in der bbc das ich gerne auch mal vorlesen möchte das lautet ich habe mich immer gefragt wie es wohl wäre wenn außerirdische auf der erde landen und uns zeigen wie sie schach spielen jetzt weiß ich es also das war tatsächlich sensationell und revolutionär für dich alpha zero I mean you know it's one of the few times in life where you have this feeling that if it wasn't because you experienced it you would think it's not possible simply well it I mean well you understand that that morning I sit there I'm working for the by far best players in the world Magnus Carlson and I'm his helper and I'm using the best technology that I believe exists because of a chess tournament but it turns out that you know well Stockfish gets beaten by Alpha Zero and complete not just beaten it actually gets completely crushed so what we think is basically correct and is the best technology and has the best understanding of chess turns out to be much more flawed than I would have expected it's basically like well that's the analogy to a more intelligent species that basically well suddenly you get this okay well things I believe in turns out to be wrong there seems to be a much bigger layer both in terms of technology and chess understanding and such of course it becomes much more complicated while you go into details and of course Stockfish managed to fight back and Stockfish was not that bad etc and so on but still it was like a paradigm shift in way also well we used to all believe that well chess should be solved by Stockfish kind of engines that to certain extent is brute force and programmed by humans while what DeepMind did with AlphaZero was to prove that neural networks actually could much enrich our game and well I would say that neural network has been amazing for chess hopefully they will be even more amazing for the world because also are impressive things of AI they are very chess specific well what DeepMind did with AlphaZero well basically has nothing to do with chess it has to do with science and neural network it just managed to get an even better result so I mean well AlphaZero is amazing at Go it's amazing at Shogi and it can be amazing at well all kinds of things and that's well that's why DeepMind is a multi-billion company while Stockfish is a piece of very impressive freeware and such but no this has been just incredibly fascinating and well of course it's been very interesting to understand neural network but from a chess player perspective there is also a lot because of course we were generally right about most things in our chess understanding but also some places we were wrong I have written this article about the flank pawns but there are different things where it turned out that we got some kind of correction and this was very interesting and I think also you would see quite quickly in the year afterwards that the openings would become more interesting on top level everybody started studying with neural networks and it's still somewhat the case and well now it feels like long ago but just go back to Chess has developed a lot in the sense of how we work on it and how we understand it in a three year span and all of it is due to Alpha Zero and Deep Mind as you said I was working a bit with the chess base guys I also know the Alpha Zero guys or Demis Hasebis who is the founder and owner I know him because he was unkind to beat deep mind are also good in the sense that they are researchers but they are not trying to cooperate with the chess world or they are more cooperating in the sense that they do it open source so I have met Hasebis a lot and we are great friends but he is actually being careful not to give team Magnus an advantage to other teams and so on that I really like they did the same in Go that somehow their aim is science is not to make a difference for one team or the other in the chess world they are too big to care about the relatively small money that is in the chess world so their focus is on science and trying well I mean recently of course they have switched from chess to protein folding so they are trying to make a difference in medicine and such they also during the covid crisis which is still ongoing they publish their result and make them open source and such so I mean well they are operating with a lot of things and they just managed to pass by chess on their way and make a marked difference which gives you an idea of the power of this neural network technology but well that you should make a separate episode about and you should speak with someone who knows something about it not me I think but this was the most incredible thing that happens on sort of the you know more conceptual intellectual basis in chess it's no that's simply mind blowing okay also Peter Heine Nielsen sagt dass es solche Momente ganz wenige gibt an dem Morgen war es so dass er da sits arbeitet mit dem besten Schachcomputer der Welt Stockfish und dann kommt die Nachricht Stockfish wird von Alpha Zero weggefegt und plötzlich ist Stockfish überhaupt nicht mehr die Autorität die es vorher war es war also ein richtiger Paradigmen wechsel auch was die Technik angeht mit neuronalen Netzwerken statt wie Stockfish mit reiner Rechenkraft also technisch ist es interessant aber es gab auch schachliche Erkenntnisse zum Beispiel das Vorstürmen mit dem Haarbauer worüber er auch einen Artikel geschrieben hat und auch darüber hinaus was Eröffnungen angeht und so weiter Peter Heine Nielsen kennt den Gründer und Eigentümer von DeepMind der Miss Hassabis von Jugendturnieren und er hat mit ihm gesprochen und sie wollen das Schach auch gar nicht zugunsten eines Spielers beeinflussen sondern haben Ziele die weit über das Schach hinausgehen vor allem in der Wissenschaft und in der Medizin und er meint ja da könnte man eine ganz eigene Episode drüber machen über Alpha Zero aber das sprengt natürlich den Rahmen wer mehr darüber erfahren will das Buch Game Changer das Buch Game Changer beleuchtet noch viele weitere Hintergründe von Alpha Zero und Peter Heine Nielsen war auch schon bei meinem Podcast Kollegen Eric van Rehm zu Gast und hat mit austesten konnte wie sich das Spiel verändert wenn man zum Beispiel die Rochade verbietet wenn man seine eigenen Figuren schlagen darf und noch weitere spannende Varianten wie Torpedo Chess und so weiter da kam ich leider nicht dazu danach zu fragen aber das könnt ihr bei Eric van Riem anhören so jetzt weiter im Interview ja also faszinierend in der Tat aber ja wir können es nur streifen das aber sehr gerne noch mal genauer zu deiner Sekundantentätigkeit kommen also für die Hörer die vielleicht auch etwas neuer beim Schach sind und gerade durch das Damen Gambit hier auf den Podcast gekommen sind kannst du noch mal beschreiben was macht denn ein Sekundant für einen Weltmeister oder für einen Top Schachspieler was ist da die genaue Tätigkeit ist das ein Fulltime Job oder hilfst du da immer nur kurz vor den Turnieren wie funktioniert das yeah I think it really depends who you're working for I have experience working for two persons well it was extremely interesting chess work but also very hard I said that we have like a three months training camp where well we sort of would work 10 any kind of sleep and this was incredibly interesting and intense but also very hard and I would say again if you compare Wadenscheiden and Baden as we spoke of that they are interesting but at the right times in your life I mean again when you suddenly get older and start to have a family you maybe appreciate more things so for Magnus I wouldn't say the job is easy or unstressful but it's not as time consuming as with Vichy I work a lot more from home for instance and when I go to tournaments with Magnus a huge part of it is also being there as a friend we will play card in the evening we will go for walks we will play football or watch football but of course I'm still responsible for the chess openings and such so it's just not as as intense with Vichy but with Magnus I still have to be the chess expert and I also have to maybe lead his analytical team or at least be in touch with his analytical team while at the same time also help him with just human things or maybe some stress related things as a chess coach so I mean with Magnus also well with Vichy it was obvious Vichy was much while with Magnus I have a lot of experience from Vichy so I bring experience I have well you understand Magnus gets to a playoff in the world championship well I have actually been to one with Vichy before so I know how it works I don't get massively nervous and I can deal with these kind of things so again I think the answer is very much it depends but well what takes the most time but I think as a second you also need to be well have some understanding on how people operate under stress and to be able to help them with that and well that is maybe the most complicated but also the most interesting part of the job I der WM part gab es kaum schlaf er erwähnte auch bücher darüber ich denke er meint vor allem das buch the arnand files von michael abeln falls euch die 512 seiten die aber übrigens exzellent sein sollen zu lang sind dann hört euch einfach das interview mit dem buch autoren an im perpétual jazz podcast episode 156 das ist also sehr aufschlussreich wie die Sekundanten da wirklich bis zur Erschöpfung gearbeitet haben weiter in der Übersetzung über die Zusammenarbeit mit Magnus Carlsen sagt er dass es nicht ganz so zeitintensiv ist und auch inhaltlich nicht so intensiv er kann mehr von zu Hause machen und Magnus ist es auch einfach wichtig dass er als Gesellschaft da ist um zusammen Karten zu spielen oder ähnliches aber trotzdem trägt er natürlich die Verantwortung für die Eröffnungen für das Spielerische und muss auch das Analyse Team von Magnus koordinieren also es gibt da nicht nur ihn als Sekundanten sondern bei größeren Turnieren auch ein ganzes Team auch seine Rolle hat sich geändert bei Vichy war es so dass er erfahrener war und jetzt ist es Peter Heine selbst der die Erfahrung die er mit Vichy gesammelt hat mit einbringt Ja so wie du sagst herausgreifen und das ist auch der nächste Ort auf unserer Reise nämlich Sofia es gibt eine Podcast Folge mit Ben Johnson und dir und ihr habt quasi die ganze Folge über dieses eine Match und speziell auch über die letzte Partie gemacht und das fand ich sehr spannend wie du die die letzte Nacht vor dieser entscheidenden Partie geschildert hat wie du das geschildert hast da habt ihr entdeckt dass es im Eröffnungsrepertoire von Vichy eine Lücke gibt und dann hat auch Wladimir Kramnik versucht euch zu helfen und das war alles sehr emotional kannst du das nochmal für unsere Hörer schildern wie diese Nacht verlief das war ja wirklich unglaublich Ja well it was a special situation right game 12 is happening and there is a special rule before the last game in the extra free day and generally Vichy had a lot of problems in the opening phase with Black and we had to come up with some concept basically we had been playing the Slav and the Greenfield but we were getting to use all our ideas and we were running out also Topolov had this famous supercomputer so we were behind technologically so we had some talks and decided it was time to play a big surprise I rather Vichy was saying okay I'm fed off with the Greenfield and the Slav for this big game let's prepare the Queen's Gambit declined and well we had a bit of a starting point but not too much but apart from our usual team as you described well we had both Kramnik helping us and we had Kasparov helping us and we even had Magnus in a friendly manner also it was important to understand that both Kasparov and Kramnik saw each other as probably very bad enemies and they definitely didn't know that both of them were helping and I think even at some point I remember Kasim Viana was on a Skype call with Kramnik and Vichy was on a Skype call with Kaspar and I thought okay if they can hear each other so I ran and quickly closed the door so they couldn't hear each other but it was basically a situation of panic where we had like 30 hours to get ready for Vichy and well in this very long podcast there well I think I later and everything was great again and we didn't really get to know that things was pretty bad well I think maybe I told him slightly yeah that was one or two problems but in these nine hours everything was collapsing I couldn't get it worked and in the end I think it's five or six o'clock I have the original mail still Luke McShane who was working at home from London just for free and trying to help us found some idea and I remember coming at seven o'clock I could see Kazim really wants to go to sleep but he also really wants to tell me the points of this idea seems to be and such and no there was just this humongous amount of panic this huge amount of emotions but still we managed to shield Vichy from them so it was something that happened internally in the team and it was very interesting and of course when you put people under stress for three weeks and then you give them this last night where everything is so difficult of course it becomes also low quality work at times and it becomes emotional and people will start fighting and such but well that's also how big things are achieved and it worked out tremendously well for Vichy and he played an extremely good game and won and you can imagine our relief and happiness I mean well generally chess players behave very nicely when they win something and they handshake and they smile but well there at least in a random hotel corridor in Sofia we were celebrating like football players for one or two minutes I remember that well we were basically hugging each other calling our wives on the phones and stuff like this and it was very heartwarming and I think I was giving high five to a random kid outside our hotel rooms and such and then we calmed down and started behaving like normal people and took a taxi to the playing hall but that was an extreme moment for us and something that when we start talking about here basically I start becoming in tears so it sounded like it didn't matter to me even if it was like quite some years back okay also it is about the WM 2010 in Bulgaria against the Bulgarian Topalov what I could not ask for the trip to Ljöla Jörkül dazwischen und das Team musste also von Frankfurt aus im Auto fahren und nach 40 Stunden Fahrt und mit Hilfe von Herr der Ringe filmen kam sie dann an und Peter Heine hat auch Damen Gambit vorbereiten und er hatte auch Hilfe von Wladimir Kramnik und von Kasparov und von Magnus Karlsson und dann gab es eine Situation in der Kasim Canov also der war auch Sekundant von Arnand mit Kramnik telefonierte und Vichy selbst mit Kasparov und dass sich aber Kramnik und Kasparov überhaupt nicht mochten dürfen die voneinander nicht erfahren und Peter Heine hat dann schnell die Tür zugemacht sodass die beiden sich nicht hören konnten und in dem Podcast mit Ben Johnson beschreibt er eben wie nachts Panik ausbrach weil es Probleme gab Kramnik hat dann angefangen ein Alternativ Repertoire aufzubauen nämlich Minzu Indisch und letztlich half dann der Engländer Luke McShane diese Lücke zu schließen und alles war wieder okay Arnand hat davon nichts gemerkt weil er geschlafen hat also sagt er und es gab dann nach dem Erfolg von Vichy auch große Erleichterung infolge dieser Rivalität mit Topalov haben sie dann beim Feiern auch ein bisschen die Beherrschung verloren und die Erinnerung lässt auch ein bisschen Tränen hochkommen bei ihm auch wenn es schon lange her ist ja was Peter Heine jetzt im Interview nicht gesagt hat aber trotzdem so ist es gibt auch immer noch Twitter Battles zum Beispiel auch unter Beteiligung von Topalovs damaligen Manager Danailov der Vichy Anan zum Beispiel als Ratte bezeichnet hat also das zeigt wie viel Spannung damals drin war wenn das elf Jahre später immer noch auf Twitter hochkocht ja also man könnte jetzt natürlich noch über jeden anderen WM Ort etwas sagen aber ja leider aber über einen Ort möchte ich auf jeden Fall noch sprechen bevor du wieder zu deinem nächsten Termin musst und zwar ist es Dubai da findet nämlich im November der nächste WM Kampf statt zwischen Magnus und Jan Nepomniachi und auf Chess24 gab es einen Artikel in dem stand dass Magnus Carlsen sein Sekundantenteam neu zusammenstellen möchte was heißt es denn für dich und was heißt es für Jan Gustafsson der ja aus deutscher Sicht auch zuletzt mit dabei war im Team I I mean well I think it's okay you ask the question as long as you don't expect me to answer I think I mean never change a winning team yeah maybe and well the good thing is that well Magnus makes his own decisions and well they tend to work for him that's maybe also a lesson I have learned as the second that well when you work for the best players or the best geniuses and such you can basically throw away the books you have on how you should do such things what defines is what they want and even if I think Magnus is wrong I will generally not try to correct him because I think that it's more likely he knows what's correct or at least Magnus knows what's best for I cannot really share that piece of information with you and the listeners we can talk about it after the match at some point and you will be very welcome to but well of course there will be a lot of secrecy about who will be in your team and such for instance well you were mentioning Gustafsson but when Gustafsson worked the first time for Magnus we were obviously keeping that a secret and only revealing it after the match because at that point Magnus was playing some openings that Gustafsson was an expert in then I think for the last match it was not a secret because people already knew he was working with such and well players tend to keep these things a secret that's how it is I think also I remember in the earlier matches with Vichy and such when we went to come to the match it was always interesting to see which kind of seconds had the opponent brought because we could get some kind of info from that so at World Championship matches you will always look at any kind of information you can get you will try to squeeze out as much knowledge of you can and one piece of that of course is which team members are camps and such I listen to your podcast unfortunately will not be enough because I will tell you gut also mit der Frage nach dem sekundanten team tut sich peter heine etwas schwer da will er natürlich keine infos rausrücken bei wm partien sagt er geht es darum jede mögliche info auszuwerten die man bekommen kann und eine wichtige davon sind die team mitglieder des gegners denn daraus kann man auch gewisse rückschlüsse auf die eröffnungswahl ziehen er sagt magnus trifft generell meinung ist versucht er gar nicht magnus umzustimmen nach dem match kann man drüber reden aber zunächst wird es natürlich geheim gehalten und auch bei jan gustafsohn war es so dass man das am anfang gar nicht öffentlich verkündet hat sondern erst nach der wm partie ja und peter heine sagt dann am ender etwas süffisant also wenn nepominiashi herausfinden will wer im team von magnus ist bei der wm in dubai dann muss er sich ein bisschen mehr anstrengen als diesen podcast zu hören das wird nicht reichen weil er es hier leider nicht verraten wird okay da habe ich es wirklich up to you ich tend to talk too much which means we run out of time so that we can do I mean well even yeah I would love to I would love to yeah well I for the next hour I have to do this other thing if you want to meet again in an hour we can do it if you want to do today then I have 45 more about your top 50 chess players and so on it's completely fine my suggestion is that I do my other meeting and then I will tell you on messenger and I expect it to be in one hour but it could be before I don't know I'm told to sit by at some business meeting I don't know what's going to happen so I will have to but it's part of my job and my job is well I have to be a priority obviously yeah okay all right then I'll look into the messenger yes and maybe you should send me a new invitation for Sandcast I Ja Ich dachte ich lasse euch die Unterhaltung jetzt einfach mal drin weil es einerseits ein Stück weit zeigt wie beschäftigt und eingespannt Peter Heine ist andererseits aber auch sein entgegenkommen aufzeigt also er hatte kurz vorher gesagt dass er ein bisschen früher weg muss und angeboten dass wir zur Not später fortsetzen können und das habe ich dann auch dankbar angenommen Jetzt wisst ihr du Bestimmt meine spezialität ach ja das meeting in das er musste das war ein business meeting mit dem vater von magnus karlsson und einem weiteren gesprächspartner bei dem er dabei sein sollte magnus ist ja nicht nur die nummer eins der welt sondern betreibt auch und ich glaube das ist auch ein stück weit koordiniert und gesteuert durch sein vater auch ein business mit der sogenannten play magnus group und da fällt sowas eben auch in den aufgabenbereich von peter heine nielsen ja und nach diesem meeting gab er mir wie besprochen bescheid und deswegen dürft ihr euch jetzt freuen auf die fortsetzung des interviews ja teil zwei des interviews mit großmeister peter heine nielsen dem sekundanten von magnus karlsson wir haben über dubai gesprochen die bevorstehende wm und die zusammensetzung des teams von magnus ja bei der bei der letzten weltmeisterschaft zwischen magnus karlsson und fabiano caruana gab es zwölf remis und dann hat magnus ja im tiebreak gewonnen es gab jetzt mehrere ideen wie man das vermeiden kann zukünftig zum beispiel den tiebreak vor dem match auszuspielen und jetzt wurden glaube ich die zwölf partien wurden auf 14 erweitert was ist für dich die richtige maßnahme gegen gegen diese gegen diese vielen remis oder ist das gar kein problem aus deiner sicht zu können sie haben und ich denke generell sie war zu gewinnen und dann besonders sie war zu gewinnen und dann war sie natürlich auch zu gewinnen und die match aber ich denke mit chess ist es notwendig also zu sehen als die match in der entirety und such und und ich denke es war sehr interessant und und ich denke es war vielleicht ein paar von drausen das war zu schlafen aber ich würde sagen es war ein in numerous ways but of course it is a problem that you have two players that are incredibly strong and make fused mistakes then you have openings that get more and more mapped out and it's hard to do something about it and I think they have moved to this that it's now 14 games and also that there will be less rest days which means there is less time to relax, there is less time for preparation and such and this will put the players under bigger pressure and the more pressure the more mistakes, the more decisive results and such but generally I don't see it as a major drawing crisis I see maybe chess has let's say an opening crisis that openings are getting more and more solved and such and that of course will lead to some kind of drawing problem but as long as both opponents really try hard to play and that was very much the case the last time I don't see a big problem of course, well you can see players who will try to very much block but in matches that's a very risky strategy and such and well I think also if you look at Magnus' matches they have been incredibly close which means that well matches tend to have more draws but as soon as a match gets out of control with one of the players leading I think you'll see much more action so I mean matches will also get some kind of psychology of its own based on the standings and such so well this idea that the recent world championship matches has been boring I very much do not subscribe to but of course I'm incredibly biased have being sort of on the inside and something at stake but well I think that's how chess is and from my perspective the match in London was extremely interesting despite that it was 12 draws also the tatsache that it's only remi gab bei der letzten wm zwischen carson and caruana see there überhaupt nicht as problem schach generell hat aus seiner sicht schon ein remi problem was er darauf zurückführt dass die eröffnungen immer besser ausanalysiert werden und das niveau immer weiter steigt und er bezeichnet das sogar schon als eröffnungskrise des schachs aber die wm partie war für ihn trotzdem sehr interessant auch wenn er versteht dass das nach außen hin langweilig wirken könnte aber für ihn gerade als beteiligter war das hochinteressant trotz der remi und das liegt halt auch an der hohen qualität der partien und an der und daran dass so viel auf dem spiel steht und die beiden gegner nahezu gleichwertig waren nächstes mal bei der wm in dubai wird es 14 statt 12 partien geben und auch weniger ruhetage deswegen erwartet er mehr fehler einen größeren druck der auf den teilnehmer lastet und deswegen geht er davon aus dass es auch mehr entschiedene partien geben wird could you maybe get a little bit closer to the microphone i don't know very much so very much so i'm relaxing too much perhaps yeah that's that's a good sign if you find it relaxing yeah yeah you sounded a bit far away my apologies no problem ja lass uns einen blick noch weiter vorauswerfen und zwar hat die fide angekündigt das kandidatenturnier 2022 durchführen zu wollen und sie hat die entscheidung getroffen eine wild card an timur rajabov zu geben ja für die hörer zur erinnerung rajabov hat es sich ja eigentlich für das letzte kandidatenturnier qualifiziert hat dann aber wegen corona abgesagt was hältst du von der entscheidung dass da jetzt ein platz schon sozusagen weg ist für rajabov well i find the decision to to give rajabov a spot in the next candidates basically unacceptable i think this has to be based on sporting merits and like this rajabov is going to qualify from a tournament that's well three to four years old that i think is just plainly unacceptable i understand the argument that something wrong was done to rajabov and well one can agree or disagree with it and i probably agree with it but the solution is then like with any solution that it should be settled in the in the court of law and there should be some kind of penalty for those who created problem and some kind of compensation for those who who suffered from it but this idea that rajabov gets a spot in the next candidates is just wrong because that spot comes on the expense of some other players so i mean well rajabov should get a chance to to qualify on equal terms with well firocia anybody it should be a fair sporting competition where people start on the level they're qualified for this idea of using well sporting uh sort of advantages to compensate for political mistakes has unfortunately been a rather big problem in feeder historically and it really something that should be removed i mean we can go back to the match in sofia in 2012 well topalov had to only beat kamski to qualify for that because his manager managed to negotiate some deal with the with feeder that is unacceptable i think that the kramnik in 2008 had to play vichy in a rematch because he lost in mexico and then his manager has negotiated that if he loses the tournament in that in the title in a tournament then he gets a revenge match that's also unacceptable and i see this as a continuation of these things that it seems possible to negotiate sporting advantages uh with the leadership of feeder and that should be that is just not acceptable i understand that radia above was wronged but that has to be settled in a let's say well civil court way not in a way where it actually hurts other players so that i find completely unacceptable and well i also think that the current way that they're deciding the spots for the next candidate has too much random element in it in the sense that two of them comes from a big swiss tournament but a big swiss tournament has a it's very much decided by chance of course the one who plays best will typically win but it's only 10 and 11 rounds there's a huge amount of players and such many things can happen and that's not how i think qualification should be for the candidates tournament you have to show a high level or quite a high a long stretch of time and here you can qualify for the candidates just based on 10 11 rounds which i think is too little and such so in my opinion they are going in the in the wrong direction but i understand that they feel differently about it but that is very much my point of view ja die frage nach der wildcard von rajabov die habe ich peter heine nielsen natürlich nicht einfach ins blaue hinein gestellt sondern ich wusste dass er das sehr kritisch sieht in meine facebook rüber haben die meisten leute gesagt sie finden das die richtige entscheidung aber peter heine nielsen hat schon vorher auf twitter geschrieben dass er das für inakzeptabel hält und hat das jetzt hier auch noch mal wiederholt er meint dass die plätze für das kandidatenturnier halt nach sportlichen kriterien vergeben werden sollten und er gibt zwar zu und ist auch der meinung dass rajabov ein stück weit unrecht getan wurde aber er sagt das sollte mit einer finanziellen entschädigung geregelt werden denn so geht es jetzt auf kosten eines anderen spielers der sich ansonsten sportlich qualifizieren könnte wie zum beispiel ferrucha politische fehlentscheidungen durch entscheidungen die ins sportliche eingreifen wieder gut zu machen das sei leider ein weg den die viele schon öfters genommen habe und das sei einfach falsch er nennt dazu zwei weitere beispiele zum beispiel sei topalov 2012 der weg zum wm match gegen arnand aufgrund eines deals seines managers sehr leicht gemacht worden und mit kramnik 2008 gab es ein weiteres beispiel und das ist für ihn einfach inakzeptabel generell ist der zugang zum kandidatenturnier für ihn überarbeitungsbedürftig weil einige zufälle mit dem spiel sind und nicht gewährleistet ist dass wirklich die besten am kandidatenturnier teilnehmen ja ich würde ich würde dich auch gerne noch um deine einschätzung zu einem deutschen schachspieler bitten und zwar rasmus warne ich habe gelesen dass du ihn auch ein bisschen trainiert hast ist das ist das richtig und wie siehst du seine fortschritte well rasmus warne is is danis as far as i understand it but he chooses to represent germany which sounds like a great decision and and such so of course as a sports person he is he's german but well he's born in denmark speaks danish and as far as i know he's a danish citizen well when i used to live in denmark which is by now actually i think eight years ago him and mass annerson was a young danish speaking talents and they came to my apartment for like two three days for a week and we had a great time there and yeah again it becomes a bit like my fond memories of carlson well it could be seen as a training camp but generally it was just a free persons who love chess a lot who was debating such but well rasmus was very talented back then and i i didn't know him so much because despite being danish of course he was part of the german chess environment and such so it for me it was also one of the reasons i invited him was that i was curious to to see how how he was doing things and such and he generally makes a very strong and pleasant impression i mean i really liked him a lot as a as a person as a kid he is sort of funny and interesting while also of course as a chess player he's very strong and his development seems to have been doing quite well he's obviously a strong grandmaster already i think he has won an individual gold medal for the german team if i remember correctly and such and well he's just a strong player of course well my perspective is that the only one i really know as a young player is magnus carlson and everyone will look less talented than magnus by by definition but well i mean had rasmus decided to to stay danish he would be i mean a generational talent for for danish standards and well the same for germany you're very lucky to to have rasmus so if anything you bring up a bit of envy for me for me as a dane by browsing on that subject but i mean he's going to be a great competition contribution to your national team for for quite a while and i think also he will have an interesting own career and so will his his younger brother who recently became the online world champion if i remember correctly peter heine nielsen sagt dass soweit er weiß rasmus warne dänischer staatsbürger ist aber sich entschieden hat als sportler schach für deutschland zu spielen vor acht jahren hat er mats andersen das ist ein anderer junger dänischer spieler und rasmus warne in eine art privates trainingslager eingeladen und da mochte er ihn schon auch als person und als spieler ist er jetzt ein starker großmeister geworden natürlich mit weniger talent als magnus karsen versehen aber ja das ist ja auch kein richtiger maßstab ein bisschen scheint es auch so als bedauert peter heine dass rasmus für deutschland spielt denn er sagt wenn er sich für dänemark entschieden hätte dann könnte er jetzt aus dänischer perspektive ein richtig wichtiger spieler sein und er meint aber rasmus wird seinen weg machen genauso übrigens auch wie sein bruder frederick warne und wenn ihr euch noch mehr für rasmus warne interessiert und mehr von ihm hören wollt dann kann ich euch den dsb kader talk mit sebastian siebrecht empfehlen auf schach deutschland tv auf twitch da war rasmus warne zu gast und hat einiges aus seiner karriere erzählt ja ich glaube u18 weltmeister online ja ja vielleicht hören wir die beiden ja auch nochmal im schach geflüster podcast das wäre schön ja eine letzte frage habe ich noch peter heine und zwar hast du zusammen mit jan gustafson vor kurzem ein kleines projekt gemacht da habt ihr die top 50 schachspieler aller zeiten ausgewertet das ist natürlich eine große aufgabe wie habt ihr das dann gemacht was waren eure kriterien um yeah it's a a good question also i think the the project came along that while everything was sort of shut down with the covid and such we thought well let's have a a project so that we at least could work for home and on some things together when world championship measures and such was was postponed um well i think we tried to well it's a it's a good question how do you compare people of different generations it's uh i remember speaking with larson about it our our late great star and he says well you can only of course compare people with the time they live in and such so that was more or less our concept that we tried to look at well who was most dominating for their time but of course you also have to put it in some kind of perspective because the level of competition of course grows much much more for instance morphy was extremely dominating for his time but the competition was less and he did it over a few years so i think that we will take sort of well how dominating were you for your generation for instance um well someone was complaining that kapov was not you know in top three but for us the problem was that kapov while if kaspar had not existed maybe kapov would be number one but kapov was unlucky to be born you know in the same area of kaspar and actually managed to get dominated by kaspar and then we had to move him some sped spaces lower so you have to be able to completely dominate your time and you had to be able to do it for a considerable amount of years someone like fisher i think we have as number three but that's because fisher was maybe the best player in the world for 10 years but was only really dominating for two three years and while he may be dominated much more than kaspar did it for a longer time and so on and well the same who is the best player of of all time well i think it comes down to a competition between kasparov and carlson but carlson well he's so young that he had he can't have dominated for 20 years like kasparov have so we ended up putting kasparov like number one but these things were maybe more easy then of course it became very difficult you know someone was complaining how can you have sukha taught on head of aronian and uh yeah how can we well i have no idea how do you compare such different uh generations it's it's impossible and you have to make some kind of choices and for us well we used the rating list of of jess zonas who was doing a huge work making historical ratings and historical rankings and we were looking at this and then we were using our own you know sound jotments there was a couple of players who we discarded because we thought that there were statistical anomalies and that way maybe the number of games was too little and such and we spent quite some time on this and this was very very interesting project but of course we understood that when we started the project that um there will be a lot of criticism i mean you know if fisher is not number one that will be criticized if morphy is not number one that will be criticized if kapov is not in top three that will be criticized etc and so on and of course there's many living persons who thinks they belong in top 50 who didn't get there and uh well it's impossible to to do this if you want to be popular but we thought it was an interesting task and maybe well we mainly did it for ourselves because we thought it was interesting and then we well we shared it on chess 24 because we both have interests there and such so this was um well it was very interesting but um there's definitely things i would correct for the next time if i should do it again and uh also we don't claim to be perfect because it's basically a an unsolvable problem yeah but that's schöne is yeah that man darüber diskutieren can and uh well exactly i mean and that if anything was maybe the best things for me that um the level of discussion was incredibly interesting while you know if you discuss politics or chess politics it would be very hostile here to my surprise there was a lot of people who seemed to care and a lot of people have had actually very good arguments and such and it was very sober so i mean i was always uh following the the discussion forums uh very keenly and uh many times they convinced us with with good good arguments and such and such but i mean no the interest and the knowledge of chess history was surprisingly great and that no that was a very pleasant experience so this is uh well it's you know it became a project of love rather than something you just have to do because i mean there was a lot of interest and uh maybe also i mean well it became more like a joint project that people will actually make suggestions and such and we were very curious to see um well what people thought and uh i mean a lot of did a lot of research and such so this was uh no that's something i i i really thought was fun über die top 50 rangliste der schachspieler aller zeiten sagt peter heiner nielsen dass das projekt während des corona lockdowns entstand die frage war natürlich wie vergleicht man spieler verschiedener generationen miteinander er hatte mal mit bent lasen darüber gesprochen die das kernkriterium ist einfach wer war während seiner zeit am dominierendsten aber man muss natürlich auch den jeweiligen wettbewerb sehen zum beispiel paul morphy war sehr dominant hatte aber natürlich auch weniger konkurrenz deutlich wird es auch an karpoff der einfach das pech hatte in der gleichen generation oder kurz vor kasparov geboren zu sein und deshalb eben während seiner aktiven zeit nicht so dominant war auch fischer ist nur an nummer drei in anführungszeichen weil er halt nur wenige jahre offiziell der weltmeister war bei der nummer eins haben die beiden sich für kasparov entschieden vor magnus karsen und auch wieder aus dem grund weil kasparov einfach länger an der spitze war schwerer sagt er wurde es auf den hinteren plätzen denn wie vergleicht man zum beispiel zuckertort und aronian spiele aus verschiedenen generationen miteinander da haben sie eine rangliste von historischen ratings benutzt und natürlich auch ihre eigene einschätzung er sagt es war sehr interessant und es war auch klar dass es kritik geben würde egal wie das ergebnis aussieht einer ist immer unzufrieden aber es hat sehr viel spaß gemacht und die resonanz auf die auflistung auch sehr groß es gab auch ganz wenige feindliche anmerkungen oder unfreundliche anmerkungen sondern vielfach auch gute argumentationen mit begründungen versehen die auch historisch fundiert waren und die beiden haben dann auch einige anmerkungen der mitstreiter oder leser einfließen lassen und ja ein schöner satz er sagt es war ein projekt der liebe ja schön ja ich glaube wir sind am ende unserer weltreise angelangt und auch fast am ende des interviews als wir besprochen haben wie wir das machen hast du mir auch anfangs angeboten mal ein bisschen auf deutsch zu sprechen und ich bin jetzt natürlich neugierig auf dein deutsch also es wäre toll wenn du die nächste frage auf deutsch beantworten könntest das wäre sehr schön und die frage ist einfach ja eine joker frage haben wir noch irgendwie was vergessen oder möchtest du den podcast hören oder den den schachfreunden auf der welt noch irgendwas mitteilen ja also das sind so viele interessante themen aber ja ne also mein deutsch ist nicht gut genug so ich sag ja ne ich glaube dass du hast alles gut geschafft um but uh i will just uh well my german is okay i learned it in in school and when i played bundesliga i get to train it uh rather often and of course also with anand um i would have uh many training camps in bad soden where we would use some german but for instance uh vicious german is is much better than mine and such he stayed and such so um and also for instance i'm able to read chess magazines in german without any problem and also well i can you know if someone asks me on the street in germany or if i have to order food which is quite important for me i can i can do it in german but as soon as there is a bit of complexity level it's completely hopeless for instance uh well take uh i read tried to read an article of dr huppner in in a chess magazine and that was completely hopeless for me i think also i have a very good friend called uh um hoffmeister who is an interesting chess historian i know and i saw some of his articles and they were too difficult for me and i think actually it's quite typical that if you see a chess players and languages that we develop knowledge of chess german or chess english i mean also well now i'm in my marriage we speak english so of course i have developed the language quite more but else it would be typical that i'm completely fluent in chess english while if you have to browse on very different subject it actually becomes quite weaker for instance uh i didn't get that great mark in in english in in school despite i've actually written a book in english and done numerous interviews so it becomes a lot about the subject here and uh well the same with german i can obviously read the german game annotations and and things like that but uh if we enter the complexity level of uh dr huppner then uh i'll have to resign i'm afraid okay ja dann bin ich ja froh dass meine fragen nicht so komplex waren wie die artikel von hübner naja again ja ja es ist also ich verstehe deutsch aber korrekte komplizierte antworten mit deutsch ist zu schwierig für mich ja zwei drei sätze deutsch habe ich ihm ja dann doch noch entlocken können peter heine sagt dass er das in der schule gelernt hat in der bundesliga dann weiter trainiert hat und auch während seiner zeit mit vichy arnand wurde teilweise deutsch gesprochen und da haben sie ja viel zeit gemeinsam in bad soden bei hans walter schmidt verbracht er könnte jetzt zum beispiel ein deutsches schachmagazin lesen kommentierungen von schachpartien oder auch auf deutsch essen bestellen zum beispiel aber komplexere sachen sind hoffnungslos zum beispiel hat er einen artikel von robert hübner versucht zu lesen und das war zu schwer auch schachhistorische artikel wie zum beispiel von seinem guten freund dem schachhistoriker dr frank hoffmeister das kriegt er also nicht hin generell können schachspieler gut die schachliche fachsprache lernen aber darüber hinaus wird es eben schwieriger ja also das nächste interview versuchen wir vielleicht mal auf deutsch aber ich bin auf jeden fall sehr froh dass du dass du zugesagt hast und habe auch ein ganz schlechtes gewissen also kümmere dich lieber um magnus und deine familie wieder ja ja kein problem dass das i promise i will ja überraschendes angebot von peter heine nielsen also wenn magnus carlson ende des jahres die schach-wm gewinnen sollte und er dann in guter laune ist dann bietet er mir ein nochmaliges gespräch an spätestens jetzt weiß ich also wem ich im november die daumen drücken werde okay ja das ist ein versprechen da komme ich gerne darauf zurück und drücke dir natürlich nicht nur deswegen sondern auch insgesamt die die daumen und dann mach's gut peter heine nielsen und teut 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 bis dann vielen dank okay ciao tschüss 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 das war schach geflüstert ja also eigentlich wollte ich mich noch ausführlich von meinem gast verabschieden aber ich habe gemerkt er ist schon wieder auf dem sprung und deshalb gab es einen ganz kurzen abschied ich hoffe euch hat die episode gefallen heute mal ein bisschen länger als sonst natürlich auch aufgrund der übersetzungen und der kommentare ja liebe grüße gehen raus an meinen arbeitskollegen jörg und seine band soul and beyond die haben die neue musik gestaltet die jingles schreibt mir doch mal wie ihr das findet und wenn ihr darüber hinaus noch vorschläge habt wer als nächstes interviewt werden soll dann nehme ich das auch gerne entgegen die e mail adresse lautet schach geflüster at gmail.com also schach geflüster mit ue in der nächsten folge das kann ich schon verraten da werde ich selbst interviewt wer das interview macht ist allerdings noch ein kleines geheimnis danach geht schach geflüster dann in eine kleine sommerpause und deswegen wünsche ich euch schon mal einen schönen schachsommer mit viel freiluft schach draußen und schönen turnieren bleibt oder werdet gesund und gut stellung euer michael schach geflüster 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 schach geflüster